Also man hat den Kopf vielleicht eine Sekunde gesehen, aber ich meine es reicht schon aus. Es reicht schon aus und es muss nicht sein. Jetzt muss ich mal hier dagegen bummeren. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh Oh, der hat sie gut getroffen! Schade, jetzt habe ich nichts für aufgezahlt gekriegt. Jetzt haben die schon zwei Abwuchs und ich habe nichts für meine aufgezerrte. Der hat hart im Nehmen, ganz safe. Da gehst du! Na Pro-Gamerin! Taschenlampen Pro-Gamerin sein wollen! Ja natürlich, warum soll ich denn deine Cam anmachen? Ich meine, das wäre ja... Wir haben schon den jetzt getroffen. Warte mal, ich muss den mal renn lassen, ich brauche die aufgezerrte. Ja, ja, du bist Pro-Gamer, das sehe ich! Ja, uuuh! Jacky, meine Süße! Oh, den Hitsch! Den Sprung schafft er, nicht den Hit! Scheiße, ich würde den kurzen machen wegen hart im Nehmen! Ja, ja, lernt Lenden! Holzkopf! Ist jetzt eh tot! Ich bin ja gut! Ja, Jacky, du bist ja eine Süße! Wer noch mal? Lass mich doch mal hier was hinpflanzen. Dankeschön. Uh, da ist noch was. Wo kommt denn ihr alle her? Dankeschön. Achso, die Ballett ist ja schon raus. Wir müssen ganz schnell weg. Wir müssen ganz schnell ganz weit weg. Es hat nicht gereicht. Es hat verschissen nicht noch mal gereicht, weil ich zu nah dran war. Mann. Ich will die doch mit aufgezerrt, dann will ich die doch fressen. Ich will denen doch alles aus ihr Leib reißen, Mann. Du kriegst jetzt einen Hit. Oh, die stille Genießerin. Oh, die liebt es. Sie liebt es geschlagen zu werden. Mann, man spürt es. Sie genießt es so still. Hm, pro Gamer. Pfeife. Siehste schlampiger Schlachter hätte ich mit der mitnehmen können. Habe ich das überhaupt mit der? Die Ballette ist schon weg. Die Genießer sind vollen Zügen. Die Genießer sind vollen Zügen. Die Genießer sind vollen Zügen. Ich finde das geil. Die Genießer sind vollen Zügen. Ist ja schreckt sie. Scheiße, die rennt ja ganz schön voll. Verdammt. Verdammter Turnschuh. Speedy-Gon-Wechsel. Aufgabe fertig, alle tot. Hallololo. Hallololo macht sie. Bitteschön. Aufgezerrte Höflinge, war ja vollkommen für den Arsch gewesen. Ah, da ist es. Es war ein bisschen gut geklaut im Feld. Und wie ist es ein bisschen gut geklaut im Feld? Ach, da ist es. Wie ist es? Ich bin ein bisschen gut geklaut im Feld. Untertitelung des ZDF, 2020